Hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil Zero. Ja, wie versprochen treffen wir uns an dieser Brücke, Treppe wieder und begeben uns doch mal wieder in diesen komischen, runden, schönen Raum, wo wir ja schon oft genug waren. Da vorne ist noch ein Erste-Hilfe-Spray, ist mir gerade aufgefallen und mir gefällt das ehrlich gesagt nicht, dass wir so viel rumlaufen mussten, um diese drei Dinger zu finden. Deswegen ist mein Plan, ich werde das einsetzen in der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Und dann renne ich zurück und hole mir dieses Erste-Hilfe-Spray, weil ich absolut nicht weiß, was uns danach erwartet. Außer, dass wir vielleicht, also dass wir dann wahrscheinlich durch diese Tür da kommen, durch die wir auch noch nicht gekommen sind. Oh Gott! Jaja. Das ist bis jetzt der einzige Raum, wo es mir aufgefallen wurde, dass mit dem Sound funktioniert. Das ist ziemlich deprimierend, weil es ist besser, als wenn es gar nicht gehen würde. So, es sind alle drei drin. Gott! Was passiert? Eine Zwischenfrequenz, warum bist du hier mit... Oh nein. Oh! Oh, okay, ich muss die Disc wechseln. Das heißt, ich werde hier diese Aufnahme kurz beenden, wir hoffen, dass die CD-Wechsel funktioniert und... Ja, bis gleich. Und weiter geht's. Okay, das war jetzt ziemlich tricky mit dem Aufnehmen und Pause drücken und so und 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 in dem Moment, als ich dann eingestellt habe, dass der CD-Wechsel wechseln soll, hat er denn einfach die Zwischenfrequenz weitergemacht. Ja, aber es scheint funktioniert zu haben. Wir sind auf jeden Fall wieder hier. Gut, dass ich die Waffe mitgenommen habe, die Pistole. Oh Mann, das war jetzt echt, das war jetzt nicht cool, ja? Und sich hat dieser, dieser Turm hat sich abgesenkt. Sehr interessant. Hätte ich ja ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet. Ich habe... Wow. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass wir da irgendwo durchkommen. Hier sind Fledermäuse. Auf Fledermäuse zu schießen, lohnt sich im Prinzip nicht. Wo sind wir denn? Was ist denn das Labor? Und ich sehe jetzt schon, dass diese Tür zu ist. Das ist natürlich doof. Dann gehen wir doch mal hier lang. Der Zaun ruckelt hier... Oh nein! Okay. Ich habe irgendwas gemacht. Schrotflinte natürlich mitnehmen. Hier sind mehrere so eine Dinger. Na, eigentlich nur eins. Und es sieht fast so aus, ob sie mich dazu zwingen wollen, dass einer hier bleibt. Denn diese Tür scheint ja jetzt wieder zu zu sein. Das ist dumm. Verschlossen. Aber es ist kein Schlüsseldorf zu sehen. Oh, der Sound hier, dass der gerade wieder hier so ruckelt. Okay, das ist ja hoffentlich nur, wenn man draußen ist. Ich gucke mich mal weiter um. Ob wir vielleicht irgendwas finden, was man draufpacken kann. Hier sind Kräuter. Ist denn einer von uns beiden verletzt? Nö, wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf. Ich frage mich natürlich, ob es auch möglich ist, dass ich einfach irgendwas da draufpappe. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich trunke mich wahrscheinlich unterbrochen. Denn das ist ja das übliche Thema in Resident Evil. Und sie ist von der anderen Seite verschlossen. Oh Mann, oh. Auf alles dafür sind dreifach anzuklicken. Und natürlich habe ich vergessen, meinen Timer wieder auf Play zu stellen. Oh Mann, ey. Ich bin so schüchelig. Mach ich folgendes, dann lasse ich Rebecca gleich kurz mal hier vorne stehen. Habe ich Speicherdinger bei? Die hat er bei. Das war mir nämlich fast schon klar. Wobei er, äh, ich kann das gerade doch nicht abgeben. Er muss näher ran. Hallo Rebecca. Falls du da jetzt an einen reingehst und speichern kannst, wäre es mir doch auch sehr lieb, wenn du, denn du, 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 du. Ja, aber so komplett ohne Heilung würde ich sie da auch nicht reinrennen lassen. So. Das mit den Federmäusen hier gefällt mir natürlich nicht. Ich hoffe einfach mal auch, dass ich speichern kann. Denn sonst wird das Ganze ziemlich blöd da drin. Weil ich nur noch so durchgesehen habe. Was? Verschlossen? Aber es ist, was? Aber warum? Ich dachte, Billy steht mit seinem Fuß da drauf. Jetzt steht er drauf. Okay, danke schön. Jetzt wäre es ja intelligent, wenn sie die Tür einfach kurz aufhalten würde, sodass Billy reinrennt. Aber, naja. Hahaha. Was erwarte ich von dem Spiel? Kriege ich sie von außen? Was ist, wenn ich das jetzt wechsle? Komm, bin die denn, schafft es, bin die jetzt hinterher? So, jetzt wird sie bestimmt sagen, es ist abgeschossen. Ich probiere es. Ne. Hä? Ich komme bestimmt von innen nicht mehr rein, von außen nicht mehr rein. Ich wette, ich wette mit euch. Das ist bestimmt voll dumm. Das war mir so klar. Warum? Na gut. Wenn ihr meint, das ist richtig so, dann... Oh nein, ey. Ich will das nicht. Okay. Wieder rein. Komische Sache, aber naja, gut. So. Alleine mit Rebecca. Und es gibt nur einen Weg, der geht um die Ecke. Okay. Wie gesagt, ich hab... Oh nein. Das sieht so nach... Das sieht schon wieder so nach Kampf aus. Aber hier ruckelt es nicht. Das ist doch schon mal schön. Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint es irgendwie unheimlich. Es ist unheimlich. Was hat einer... Also... Weiß ich nicht. Na gut. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, was wir überhaupt machen müssen. Das Einzige, was ich hoffe, dass wir... Oh, ein Speicherraum. Das ist nicht schön. Ausnahmsweise das erste Mal, dass ich mich nicht über einen Speicherraum freue. In meiner gesamten Resident Evil Laufbahn passiert das wirklich... Ist das jetzt das allererste Mal passiert? Das ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen. Yo. Ich speichere das mal ganz weit unten. Siebziger gespeichert in der Kirche. Hier gibt es sonst nichts. Hier gibt es noch Zeugs. Aber ich habe keinen Granatenwerfer mehr. Ja, aber das ist jetzt auch alles, wo ich rein kann. Also von daher ergibt das gerade für mich wenig Sinn. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es jetzt irgendeinen Endgegner gibt. Und ich hasse mein Leben so dermaßen. Hallo. Du bist ja nett. Ach du Schande. Ich treffe gar nicht. Oh, ist das uncool. Nein, 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 nein. Au. Ich treffe das Vieh gar nicht. Ich hätte bestimmt die Pistone mitnehmen müssen. Oh nein, wie soll ich denn das machen? Ach nö. Ich bin nicht schnell genug, um zu schießen. Dieses Vieh ist verdammt flink. Das ist gerade echt uncool. Nein, mach es doch tot. Rebecca. Oh, da kommen noch kleine Fledermäuse. Ja, nee, ist klar. Oh nein. Oh nein. Ah, toll. Es hat mich... Es entführt mich gerade. Hallo. Au. Oh, ist das scheiße. Okay, Moment. Ich muss... Ich muss nachdenken. Ich habe einmal Heilung, die ich jetzt vergeudet habe. Ich habe keine Pistole bei und ich komme bestimmt auch nicht mehr raus. Das heißt, ich muss probieren, dieses Vieh jetzt irgendwie tot zu kriegen. Ohne mich von den Federmäusen hier treffen, sondern von den Kleinen. Oh Gott, keine Babyfedermäuse. Nein. Du blöde Mutter. Lass mich los. Bitte. Autsch. Hätte man eigentlich warnen können. Du betrittst jetzt einen Endgegnerbereich. Oh nö. Ich habe es getroffen. Na los. Ich habe doch getroffen. Ich hätte theoretisch treffen müssen. Das ist sowas von scheiße assig schon wieder. Lass mich los. Okay. Lauf. Lass dich nicht von diesem... Aua. Lauf doch da rein. Nein. Oh, sowas hasse ich. Naja, irgendwann kann ich in den Spalterraum. Ist doch schon etwas. Lala. Trödelö. Oh. Mann. Ich bin auf Vorsicht. Also einen Angriff scheine ich noch wegzustecken. Das Problem ist aber, ich habe nicht mehr allzu viel Munition. Und ich habe nur noch elf Schuss. Das ist ziemlich blöd. Na gut. Ich gebe ja nicht auf. Ich bin ja keine Pussy. An mir sie die Große an, bitte. Danke. Ernsthaft? Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Sonst hätte ich mich jetzt richtig aufgeregt. Aber, aber was habe ich jetzt davon, dass ich das Vieh getötet habe? Außer, dass ich jetzt definitiv nochmal speichern werde. Das war jetzt irgendwie komisch. Hä? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das nicht. Äh, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich speichere an dieser Stelle nochmal. Ich werde diesen Part kurz beenden. Und, äh, mir über meine nächsten Schritte Gedanken machen. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.